53.574 Euro Gewinn mit Fußballwettenwettprognose für Samstag 20.04.2019 String Theorie Quantenmechanik Autor de Selza Mekkenzi YouTube Für den 19.20.04.2019 wurde die Prognose abgegeben Fußballwettenwettprognose für Freitag-Samstag 19.20.04.2019 String Theorie Quantenmechanik HTTPS Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Özilon OU2.be Schrägstrich 1 JTI VK6 CWNQ Hier die Tipps für OZIT Hamburg Vs Aue 0 Kiel Vs Paderborn 2 Duisburg Vs Sandhausen 0 Fürth Berlin Union 0 Köln Fortuna Vs Unterachink 0 Zwickau Vs Würzburg 1 Mainz Vs Düsseldorf 1 Augsburg Vs Stuttgart 1 Mönchengladbach Vs Leipzig 2 Schalke Vs Hoffenheim 2 Oh und hier das spätere Ergebnis am 20.04.2019 Für 2 Mindesteinsatz Hamburg Vs Aue 0 1 zu 1 4,304,30 Kiel Vs Paderborn 2 1 zu 2 3,201376 Duisburg Vs Sandhausen 0 2 zu 2 3,2044 2003 Fürth Berlin Union 0 1 zu 1 3,60158,52 Köln Fortuna Vs Unterachink 0 1 zu 1 3,10491,40 Zwickau Vs Würzburg 1 2 zu 0 2,601277,63 Mainz Vs Düsseldorf 1 3 zu 1 2,102683,2003 Augsburg Vs Stuttgart 1 6 zu 0 2,085580,70 Mönchengladbach Vs Leipzig 2 1,22,4013393,68 Sachalke Vs Hoffenheim 2 2 zu 5 2,0026787,353535574,70 Zwickau Vs U 3,2025,70 Zwickau Vs Aue 0 1,2,82 Zwickau Vs Aue 0 2,60262,70